Ich ging auf meinem Wege Übertragung Mark Pusch 2018 Und ich ging auf meinem Wege, als der Tod sich zu mir schlich. »Freund!« rief mich der Schnitter an, doch ich antwortete nicht, doch ich antwortete nicht, schaute ihn nur schweigend an, und ich antwortete nicht. Und ich trug die weiße Lilie, als der Tod sich zu mir schlich. »Gib die Lilie mir, Kumpan!« Doch ich antwortete nicht, doch ich antwortete nicht, schaute ihn nur schweigend an, und ich antwortete nicht. »Ach, Knochenmann, kehrst du einmal wieder, dann Will ich lange mit dir sprechen, wie mit einem Freund. Will dir gern die Lilie brechen, wie für einen Freund. Will auch gern die Hand dir küssen, wie bei einem Freund. Lächelnd will ich dich begrüßen, meinen alten Freund.« Will ich steh? Makes ihr male, natürlich bin ich. Bu, geht sie, die Lilie brechen. Wir sind nicht so groß. Men頑geil, ich weiß. L EB-NINTE Auch ich... Untertitelung des ZDF, 2020